Mit Spannung ist das erste Schiff mit ukrainischem Getreide seit Beginn des russischen Angriffskrieges an der türkischen Küste erwartet worden. Am Dienstagabend war es dann soweit. Der Frachter Razzoni erreichte die türkischen Gewässer. Laut Behördenangaben ankerte es an einer zugewiesenen Stelle nahe der Einfahrt zum Bosporus. Dort soll das Schiff unter anderem von Vertretern der UNO, Russlands und der Ukraine inspiziert werden, bevor es in Richtung Libanon weiterfahren darf. Die mit Mais beladene Razzoni war in Odessa am Schwarzen Meer gestartet. Unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen hatten die Kriegsparteien kürzlich ein Abkommen unterzeichnet, das die Wiederaufnahme der Exporte vorsieht. Über sichere Routen sollen aus drei ukrainischen Häfen Ausfuhren möglich werden. Die Ukraine zählte, wie Russland, bisher zu den weltgrößten Getreideexporteuren.